Hallo zusammen, heute geht es darum, wie ich dieses Video, die Idee ist übrigens von dem Kanal Macro Rooms, nachgebaut habe in Final Cut. Ich habe in 240 Bildern pro Sekunde aufgenommen und in 24 Bildern pro Sekunde ausgespielt. Das heißt, ich hatte 10-fach Slow Motion. Wahrscheinlich geht es auch mit 180 Bildern pro Sekunde. Du musst einfach gucken, wie das dann mit dem Timing hinhaut. Das Ganze ist letztlich gar nicht so kompliziert, wenn man mal verstanden hat, um was es eigentlich geht. Das hat bei mir aber schon eine Weile gebraucht. Und ich gebe zu, auf solche Ideen komme ich nicht unbedingt von alleine, finde es aber mega spannend, sie nachzubauen. Im Basisshot wird einfach die Praline in Echtzeit fallen gelassen, in eine leere Tasse. Das Fake-Foto wird gemacht und gezeigt. Das Foto muss man natürlich vorher aufnehmen und ich kann euch sagen, das ist ein Heidenspaß. Jetzt lösen wir das erste Problem, nämlich, dass wir die in Echtzeit fallende Praline raushaben wollen. Dann kopiere ich den unteren Clip in den 5 Frames, wo die schnell fallende Praline zu sehen ist und überlagere die Praline. Ganz einfach. Also das, was innerhalb dieser roten Maske zu sehen ist, das ist jetzt die schnell fallende Praline. Wenn ich den Clip jetzt aktiviere, ist die weg. Okay, Problem Nummer 1 gelöst. Jetzt brauchen wir natürlich die langsam fallende Praline. Also, ich kopiere den Clip nochmal, in der Zeit, wo die Praline fällt. Oder ab dem Zeitpunkt, wo die Praline die Hand verlässt. Und die Praline ist hier in dem Clip separiert. Das heißt, die Echtzeitpraline verlässt jetzt die Hand und die Slow-Mo Praline übernimmt. Sodass das Ganze dann so aussieht. So, nächste Herausforderung ist das Splashen der Praline in die Milch. Dieser Clip wird aufgenommen ohne Person. Ist auch ein super Gaudi, weil es nicht so leicht ist, die Praline aus einem Meter Abstand genau in die Milch fallen zu lassen. Wenn die Milch aufgeschäumt ist, das spritzt nicht. Nur als kleiner Tipp. Und wenn die Praline auf den Rand fällt, ja, das sieht witzig aus, spritzt aber eben auch nicht. Und jetzt wird auch klar, warum die Tasse nicht bewegt werden darf. Weil dieser Clip mit diesem Clip natürlich überlagert wird. Und zwar in dem Modus, in der Füllmethode Aufhellen. Wenn ich das auf Normal schalten würde, würde der komplett den unteren überlagern. Aber ich will ja, dass die Milch, die spritzende Milch zu sehen ist, plus den Clip, den wir schon drunter aufgenommen haben. Der Milch Splash wird natürlich in Slow-Motion eingefügt, während drunter ja die Echtzeit abläuft. Das sieht dann insgesamt so aus. Und damit haben wir auch schon das Wesentliche. Hier ist noch ein kleiner Blitz für das iPhone. Dann habe ich natürlich noch den Auslösesound. Und damit sind wir auch schon im Sounddesign. Ich habe komplett Apple-eigene Sounds benutzt. Für das langsame Herabfallen der Praline habe ich diesen hier gefunden. Dann brauchen wir natürlich die Impacts der Praline in die Milch. Das ist viel zu kurz. Dann habe ich hier Wasserfontäne, also Springbrunnen, Blasen, Bubbles und Ocean genommen, um das Ganze zu verlängern. Und dann sehen wir natürlich die Milch noch aus der Tasse auf den Tisch schwappen und spritzen. Und auch da gibt es diese kleinen Splashes, die ich noch aneinander gefügt habe. Auch hinter der Tasse sieht man noch was. Und das will man natürlich auch hören. In Logic habe ich dann noch einen kleinen Soundtrack gebastelt mit Logic-eigenen Instrumenten, sodass das Ganze letztlich so aussieht. Das war es schon. Ich wünsche dir viel Spaß beim selber ausprobieren. Bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich über ein Like. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.